Ich muss noch einmal schauen. Für mich ist das hier der Hexenkessel. Hexenkessel Stauwehr. Ein Schiff ist in die Tiefe gerissen worden. Bergungsspezialisten sollen es wieder raufholen. Ein lebensgefährlicher Job. Vor einem Stauwehr der Donau gerät das slowakische Schubschiff Dumbia bei reißendem Hochwasser außer Kontrolle. Zwei Stunden lang ist das Schiff zwischen Stauwehr und Dammbrücke verkeilt und für die Rettungsmannschaften unerreichbar. Dann pressen die Wassermassen Dumbia mit acht Besatzungsmitgliedern durch das Wehr. Das war in Wien am 22. Oktober 96. Vier Besatzungsmitglieder wurden nach dem Unfall tot am Ufer der Donau gefunden. Vier Leichen werden noch immer im Schiffswrack vermutet. Ein deutsch-österreichisches Bergungsteam wagt sich direkt hinter der Staumauer an die Hebung der Dumbia.